Oh, epileptischer. Ektatüb im Kleid. Achievement, wo bin ich? Überall Achievements. Und ne Lore und rote Wolle. Wer fährt zuerst? Erster. Ich fahr auf dir. Hallo, was? Geiler Arsch. Danke. Du bist echt bequem. Ich schauch die ganze Zeit in die Richtung. Hey, das ist ne Katze. Bitte steigen sie erst bei der zweiten Station aus. Danke. Lass uns aussteigen, da war doch was. Das war die erste Station, das war bei der zweiten erst aussteigen. Ja, egal. Ich hör doch nicht auf den. Okay, dann laufen wir zurück. Wir kommen im Candyland. Candyland Land. Wir dürfen endlich nach Candyland. Aber wir laufen nochmal weg. Manu, hast du deine Muschis schon wieder frei rumlaufen lassen? Ja, klar. Hier, Achievement. Der voreilige. Da geht's nicht hoch. Auch. Hier geht's auch nicht hoch. Ich befreie dich, Kätzchen. Komm da raus. Komm da raus, du. Sie ertrinkt sie. Sie ertrinkt, nein. Scheiße. Ich rette die jetzt. Pass auf. Ich mach das. Ja, genau. Setz den Block drüber. Mit deiner Hand schlägst du sein. Komm hol. Komm hol. Ja, toll. Die arme Katze. Komm da raus. Ja. Ja. Kannst du die aufstehen lassen? Ich hab sie gerettet. Guck mal, sie kann springen. Wir bringen dir Tricks bei. Kitty, spring. Spring. Spring da runter. Komm, spring da runter. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Ah, da ist sie doch. Oh, da ist noch einer. Was ist hier? Nichts. Nichts ist zu. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ab nach Candyland. Land. Mit Candypilzenpilz. Wie die Kühe aussehen mit dem bunten... Ich rette euch. Ich hol euch da raus. Manu hat heute sein Greenpeace-Komplex. Greenpeace-Day. Oh Gott, da sind noch lila Schafe. Ich muss hier helfen. Guck mal. Ich kann... Ich kann... Sie zum Spring animieren. Guck, die hüpfen. Die tanzen. Ich bring dir dir einen Spring bei. Wir schlachten die doch nicht ab, Mann. Wir bringen dir einen Trick bei. Hier, nimm das. Wirf doch das Leder auf die andere Kuh. Das blüht dir. Station 1B. Toilette Frauen. Oh, da gehen wir direkt mal rein. Ich gehe mal in die Männer-Toilette. Ich spüle mal. Also in den Toiletten unten ist schon mal nichts drin. Ah, ich bin ins Klo gefallen. Hupsala. Manu, was denn? Bad wo? Oh nein. Ich war mich gerade am Schminken. Da sehe ich auf einmal den Typen daneben an. Gay Edition. Nee, dann musst du so machen. Oh ja. Das ist aber ein hübsches Mädchen. Dann nimmst du die Haare ab. Oh Gott, das ist gar kein Mädchen. Erschaffe Fledermaus. Hui. Hä? Ah. Flieg. Oh, ich reite auf dir. Überall. Achievement, erstes Ticket. Ich sortiere mal die Achievements nach oben. Sonst bin ich ganz verwirrt. Nein. Da war ein Buch, oder? Ja, nee, meins. Ich habe es so da. Haben wir Zahlungen erhalten gelesen? Ja, ja, haben wir. Okay. Wir haben so ein 5-Sekunden-Gedächtnis, ey. Schlimm. Ja, Ticketverkauf. Gesucht, ey, Creep. Ich fände da ein Bild mal. Oh nein, er dreht sich. Er greift uns an. Oh, na, ich reite wieder auf dir. Station 1a. Öffnen. Nein, die möchte ich nicht nehmen. Buch, Buch, Buch. Manu. Buch, 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 Buch. Ich habe ganz viele Bücher. Kannst du noch das Ticketbuch hier mitnehmen? Kann ich, äh, stimmt. Ich kann mir dann gleich wahrscheinlich auch Bücherregale machen. Ganz tolle. Ja, wunderbar. Das war's, okay. Du hast schon wieder auf dir. Gehen wir einfach weiter nach oben, oder? Ja. Warte, da ist noch was. Hier ist noch, äh, Snackautomat. Oh. Oh. Blutzucker stillen habe ich bekommen. Und ich kriege hier Brot und... Was ist das für ein scheiß Snackautomat? Ist da nicht was drin? Hä? Ich habe einen Keks bekommen. Ja! Yay. Ich bewerf die Fledermäuse damit. Stirb. Die essen den jetzt und sterben da nach dran. Der war bestimmt vergiftet. Die Flügel. Die fliegen dann sogar rum. Ja. Ha, 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 ha. Und dann, tot. Die platzen. Candylandland. Candylandland. Mit pinkem Boden. Ha, ha, ha. Oh, ist das ein Amboss? Das ist ein Amboss. Oh, das ist so voll lecker. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha, ha. Eine Kiste. Oh, Trank der Nachtsicht. Zwei Stück. Dann komm ich mehr raus. Hilfe. Ja, bist du jetzt gefangen. Tut mir leid. Ich hol gerade fett Items. Okay. Manu. Wo bist du? Okay, da ist nichts. Wo bist du? Ich komme. Mein Manuel. Ich komme jetzt und rete dich. Hallo, wo soll ich dich retten? Oh, wir sind gefangen. Hallo, no, no. Wollen wir das nach rechts oder nach links? Okay, nach links. Testlabyrinth. Für angehende Laboraten. 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 Einmal eingetreten, kommst du nicht mehr hinaus. Okay. Halt auf, halt auf. Nein. Hä? Was? Was soll ich das? Was? Ey, das ist doch nicht. Testlabyrinth. Komm, das ist schon. Hi. Hallo. Schaffen wir locker hier ohne Probleme. Da hinten ist eine Druckplatte. Ich bin vorher. Oh, ein Lied. Achso. Und ein Hebel. Dö, 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 dö. Hey. Hä? 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 Wie kommen wir hier raus? Du bist verfolgt von dir. Ja, wahrscheinlich da, wo wir reinkamen, ne? Stimmt. Das klingt plausibel. Nein, kommen wir nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass wir da raus sollen. Nicht? Hier, hier ist ein Platz für den Hebel. Okay. Hallo. Und ausgesperrt. Nein, das brauchen wir, damit es weitergeht, Manu. Hör auf damit. Oh, stimmt. Stimmt, kann sein. Kann sein. Oh. Ich geh mal eben. Bis gleich. Hab schon. Hä, wie das denn? Cheater. Ich hab die Tür zerschlagen mit meinen Stahlfäusten. So. Was, Dieter? Ja. Ups. Jetzt, jetzt hab ich dich verwechselt. Psychiatrische Einrichtung für, ähm, Testpersonen. Es ist, diese Tür ist kein Ausgang. Okay. Welche Testpersonen? Zellen für Testpersonenbesucher. Eine Besucher? Okay, geh ich rein. Schlüssel benötigt. Okay. Geh ich erst ins Labor. Guck, da hängst du schon wieder nur rum. Und ne Ente. Und die Rotze auch? Warum hängt da ne Ente? Und Bücher. Ja, oh, geil. Und du mir ne Ente. Gastträne. Köpfe. Köpfe. Wir sollen ihm was mixen. Heim, Anu. Oh. 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 Nehmen wir einfach mal das Zeug mit, ne? So größtenteils. Wie geht das? Ist das ein Helm oder? Privatsitzung, bitte anklopfen. Ah. Bin ich kein schönes Mädchen, hä? Guck mal. Ist ein Störer. Bin ich kein schönes Mädchen? Was? Schau mich an. Du hast dein Kontroller noch im Gesicht. Ja, voll geil. Warum auch immer. Ja, weil er über dem Kopf liegt. Ach stimmt. Du hast deine Haare auch noch vorne. Ja, richtig. Lustig aus. Ich denke mal, wir sollen irgendwas mixen. Ich denke mal, wir sollen irgendwo hinjumpen wollen. Genau das, was du gerade tust. Was ist dies? Ich habe vorhin gefunden. Ach so. Oh. Oh. Okay. Ah gut, ich bin gerade runtergefallen. Ach so, von hier aus geht's. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Okay. Aua. Oder auch nicht. Ne, es war schon richtig so. Braucht man nur ganz viel Land auf. Ja. Kein ist allein, steht hier. Ne, gar nicht wahr. Ich esse jetzt. Hier ist der nächste Schlüssel. Mein Inventar schon so zugemüllt. Du packst dein Essen da rein. Warte mal, hier ist auch noch irgendwas. Archivment. Ich habe fünf Stacks Dreck dabei gehabt und schon lege ich da was zu essen rein. Ist bestimmt irgendwas. Wo denn? Keine Ahnung. Hier oben. Überall. Toll. Die Klappe da, die kannst du aufklappen. Hm. Meinst du? Ist auf jeden Fall eine andere Textur als in einer anderen Ecke. Aber nö. Nö, okay. Nö. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Blöcke kaputt machen dürfen. Schlüssel. Äh. Haben wir. Okay. Are you coming? I, I'm coming. To you. Guck, da ist. Oh, sind die alle hübsch. Oh. Kleine Thaddeusse. Ach süß. Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus. Oh. Ach, guck mal. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Ach, guck, jetzt ist die Tür sogar offen. Flüchtlinge gesichtet. Block die Türen und schickt Wächter zur Festnahme. Jemals. Los, Manu, Tom. Zellen Viertel. Harnen wir uns als Bäume. Fotos und These. Ja. Mütter und These. Baum. 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 Insasse 0, 0, 0. Oh, oh. Der ist bestimmt cool. Ich sitze schon wieder auf dir. Ah, Manu, du brichst mir. Okay. Da sind Snacks. Spinnbeam. Nimm ich mal mit. Den Gammelfleisch hat der. Nö. Gammelfleisch. Der ist schon verratet. Insasse 1337. Der Lead-Insasse. Der dreht sich auch gleich schon. Oh nein, er will fliehen. Nein. Hör zu. Oh, der bietet uns was an. Elf gebratener Fisch für einen Emerald. Glaub ich nicht. Ist auch eine Angel. Was? Wo bin ich? Gerade war ich noch beim Angeln. Da bin ich hier gefangen. Was ist das für ein krankes Spiel? Das ist Saw. Die Angeln haben die Zerträger. Oh nein. Genau. Saw. In dem Bett. Weißt du, so total entspannte Raum. Was? Guck mal, wie gruselig das hier aussieht. Total. Insasse 1601. Okay. Sieht ein bisschen schwul aus. Der andere Insasse ist ja geflohen. Was? Ihr seid der Grund für diesen dauernden Alarm. Ich kann gut lesen. Ich will doch nur schlafen. Ich will doch nur schlafen. Was bietet er an? Wieso rennen die alle raus? Ja, WTF. Das sind Gefangene. Einsperren. So. 3351. Guten Tag. Ihr wollt mich befreien? Wieso das? Man sagte mir, das sei ein Gratisurlaub. Tja. Verarscht. Hä? Hä? Eine Angel, sie schwimmt davon. Achso, wenn da ein Loch in der Wand ist. Cool. Ich hab einen Fehler in der Map gefunden. Da waren wir doch schon drin, Manu. Nein. Die Tür war zu. Die hab ich auch wieder zugemacht, dass die nicht mehr ausbrechen. Achso. Ja toll. Lass auf. Wir brauchen die bestimmt. Okay. 1, 1, äh, 1, 001. Es geht hier ab. Oh, fuck. Ah, dann, Tiefment. Anna will Ananas. Seid ihr diese miesen Laborleute, die mich hier verhungern lassen? Nö. Hier im Brot. Ha, ha, ha. Auf Appetit. Hier, dann nur ne Fackel, damit du dich verbrennen kannst. 2, 8, 4, 4. Ein Apfel. Oh, mein Schutzhelm. Was? Ernsthaft? Was? Hä? Mein Schutzhelm. Hier so ne Schüssel war ein Schutzhelm. Ja. Mein Schutzhelm. Wenn ich nicht langsam wieder frische Luft verspüre, werde ich noch wahnsinnig. La, 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 la. Hat er gesagt. La, la, la. Ja, dann fängt er an, Lallas zu machen. Wie du. Genau. Du bist aber schon wahnsinnig. Stimmt. So. Deswegen mach ich die auch. Wo? Weil ich wahnsinnig bin. Wo ich bin? Wer seid ihr? Okay. Jodas Raum anscheinend. Wir sind der Manu und der Zombie und wir werden dich jetzt umbringen. Boah. Hä? Schon wieder? Oh, er ist tot. Zweimal. Willen, neuen Kopf. 0, 7, 2, 6. Guten Tag. Hä? Ist er schon wieder? Hör doch auf, die zuzumachen. Ach. Da waren wir doch schon überall. Boah, überleg mal, du ziehst dir einfach so einen Untotenkopf über. So ein Skelettkopf. Sehr hygienisch. Ja. Geh mal. Geh mal hier rüber. Was ist hier? Was ist hier? Ausgang. Hier steht German Let's Play Zombie und was steht bei dir? Hier geht es irgendwie auch weiter. Äh, ach so. Oh. Ein eigener Raum, German Let's Play Zombie. Okay, dann gehen wir erst mal da und dann push die Buttons. Manu, ich hab dich verloren. Oh Gott, du hast mir geholfen, du hast mir den Weg aufgemacht. Danke. NP. NP. Du musst auch. Alter, mach mal was los. Ich muss auch. Ich hab hier nirgends einen Schalter. Aua. Glaube ich. Ich möchte das hier sehen würden. Sicher, dass du keinen Schalter mehr hast? Ja, warte, ich gu... Oh, fuck. Okay, hier geht's schon mal nicht. Über dir ist doch einer an der Decke. Ach so. Upsala. Jetzt komm ich auch weiter. Ja, ich muss warten. Ja. Okay, dann war's doch richtig. Äh. Und jetzt? Ach so, zurück. Zurück. Da hoch. So, so, so. Ist ich da hoch? Hi. Hallo. Da hinten ist was. Hi, ich drück mal. Braucht dich aber. Ja, aber guck mal. Hier war ich gerade. Und dann? Ach so, von hier da. Ja, da hoch. Da war ich gerade. Hab ich gerade probiert. Aber irgendwie. Pass auf. Zu dir, ne? Nicht von da. Von da, wo ich die Packung hingelegt hab. So. Von da. Ja, aber dein Schalter, den du gedrückt hast. Ja. Der hat das hier rausgebracht. Da, wo ich gerade hinspringen wollte. Das ergibt aber keine Logik, weil du sowieso da auf die andere Seite hinüpfen kannst. Das geht. Maa. Du bist halt nur schlecht. Ha. Dafür bist du ein hübsches Mädchen. Ja, ich bin ein hübsches Mädchen. Ach so. Oh. Teleport. Ach, und jetzt sind wir bei dir. Oder? Ne, wir sind wieder am Anfang. Da war ein Schalter am Ende, den hab ich schon gedrückt. Muss man wahrscheinlich auf der anderen Seite auch machen und dann kriegen wir den Ausgang. Wunderbär. Wunderbär. Ey, was machen die denn hier? Party? Kein Ladung chillen. Oh. Oh. So. Düdüdüm. Düdüdüm. Da, ich sehe eine Kuh über dir. Haben wir einen Gegen... Ach, ich hab Weizen bekommen. Ach so. Stimmt. Kuh, komm mit. Du auch? Ja. Oder hast du Samen und ein Wienchen? Ne, ne. Auch eine Kuh. Ja, komm. Meine Kuh schaut auf dich. Die hat dich viel lieber. Auf geht's, dicke Kuh. Schwimm um deine Hübsche. Sack. Mara, geh nach hinten. Warte, muss weg, muss weg. Weizen aus der Hand legen. Oder? Können wir einfach wieder zurück. Also die Kürben bei mir beide gedrückt, bei dir? Bei mir nicht, ne. Dann mach ein Fenster auf und schlag sie. Bei mir, bis bis zum nächsten Mal. Musik und embed hoch ein B направym, bin ich,eine. Also, wie beim Al pesten. Wie bei mir ist die Kürben bei dir. Ist das dein mal? Vielen Dank.